Willkommen zu einem neuen Video des Teilekanals. Nun, ich werde ein kurzes Video machen. Dass die Frage beantwortet, die Sie mir hinterlassen haben, kann ein Kennfeldsensor die Fehler P1557 und 17.965 in einem Volkswagen Passat mit einem 1.900 TD-Mutter verursachen, lassen Sie uns sehen Sie, ja, okay, in der Tat, wenn wir diese Fehler finden, ist eines der ersten Dinge, die wir normalerweise tun, den Kartensensor zu reinigen, da das Steuergerät aufgrund von Schmutz in diesem Sensor häufig falsche Werte erhält uns dann. Was macht es, um den Motor zu schützen, ist es den Turbo abzuschalten, okay, diese Fehler hängen mit dem Turbodruck zusammen, die Regelgrenze wurde überschritten, also machen wir als erstes, wie gesagt, zuerst Das kämpft reinigen Sensor, manchmal ist das Problem gelöst, manchmal nicht. Dann haben wir schon angefangen, die Vakuumröhren zu überprüfen, zu sehen, ob sie richtig platziert sind. Dass Sie keine Lecks haben, wir überprüfen, ob Sie auch genug Vakuum vom Vakuum bekommen Pumpe oder Bremsvakuum und darüber hinaus auch wir überprüfen, ob das Turbo-Elektrowendel oder Magnetwendel in gutem Zustand ist, es ist in diesen Autos als N-75 bekannt, okay, Sie sollten diese Dinge überprüfen, wir machen es normalerweise in dieser Reihenfolge, dann können Sie auch überprüfen. Wenn Sie das sehen, damit ist es nicht gelöst, um zu sehen, ob es sich um ein Problem mit dem Turboakturator oder mit dem Turbo selbst handelt, ob es möglicherweise ein Problem gibt oder ob die Variable Geometrie verschmutzt ist. Okay, also, hier hast du dieses kurze Video, wenn es dir nützlich war, dann vergiss nicht, ein Like zu geben, die Glocke zu aktivieren, damit du Benachrichtigungen über neue Videos erhältst und den Kanal zu abonnieren.